Bringt euch bitte wieder online. Und ja, hier bringt sich jemand wirklich online, der schmerzlich vermisst wurde in den ersten beiden Folgen. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum mittlerweile dritten Recap zur vierten Staffel von Westworld und der Folge 3 Anne Fohl. Und natürlich bespreche ich die nicht alleine. Wer bin ich? Der Dom. Ich habe mich letztes Mal auch gar nicht vorgestellt. Sehr professionell. Ich habe zum einen den Patrick wieder an meiner Seite. Hi. Und zum anderen unseren Mann in Blau-Gelb, den Thilo. Bonsoir. Oh, französisch heute hier. Ja, wie der Titel. Genau. Ja, Folge 3. Es geht irgendwie doch schneller weg, als man denkt. Ich meine, nächste Woche sind wir schon in der Halbzeit. Äh, wir müssen ja dazu sagen, ähm, und damit kann ich dann auch hier, äh, was organisatorisches abfrühstücken. Denn wir hatten ja zu den ersten vier Folgen, also zur Hälfte der neuen Staffel hatten wir ja Screener. Allerdings ist nun der Zugang dazu mittlerweile abgelaufen und wir hatten leider nicht die Möglichkeit, diese Folge hier fortzuproduzieren und werden das auch bei der vierten dementsprechend nicht mehr haben. Deshalb kann es sein, dass die folgenden Recaps, also sind ja immer in sechs Stück noch, dass die, äh, möglicherweise dann nicht mehr Dienstag, sondern wahrscheinlich erst Mittwochs erscheinen. Also, da müsst ihr euch ein bisschen mehr gedulden, aber wir werden natürlich alle Folgen, äh, in bewährter Art und Weise durchsprechen und mit wechselnden Gästen. Diesmal ist wieder der Patrick dabei, nächste Woche vielleicht mal der Paul, mal schauen. Aber wir sind dann jetzt auch tatsächlich, äh, wie ihr dort draußen an den regulären wöchentlichen Rhythmus gebunden und das ist auch okay so. Also spätestens bei dieser Folge kann es, glaube ich, nicht schaden, nicht nur das englische Original zu haben, ne? Kann gut sein, ja. Ja, äh, Folge 3, Anne Foul, ein, äh, Titel aus dem Französischen, bedeutet übersetzt so viel wie verrückte Jahre und ist natürlich schon eine Anspielung auf den neuen Park, den wir hier bestaunen können, der eben in den goldenen Zwanzigern angesiedelt ist. Am Skript haben wir hier diesmal, äh, einen Neuling, der auch schon, äh, einiges bei HBO gemacht hat, unter anderem Lovecraft Country und jetzt auch demnächst bei, äh, House of the Dragon mit an Bord sein wird, nämlich Kevin Lau. Der hat, äh, zusammen mit Susanne Wurbel, äh, die dritte und vierte Folge geschrieben und Susanne Wurbel ist, äh, keine völlig neue, an deren Namen habe ich mir nämlich schon vor zwei Jahren einen abgebrochen. Die hat nämlich, glaube ich, die fünfte Folge der dritten Staffel auch mit zu verantworten. Also, diese Genre-Folge hat sie, glaube ich, zusammen mit Jonathan Nolan geschrieben. Hört, hört. Ja, und womit springen wir rein? Mit jemandem, dem wir halt wirklich lange nicht mehr gesehen haben und, äh, ja, äh, begegnen wir ihm da wieder, wo wir ihn verlassen haben? Ich weiß nicht, Thilo, hattest du das überhaupt noch so auf dem Schirm, wo wir Bernard zuletzt gesehen haben? Aber auf jeden Fall, weil das war ja ein riesen Cliffhanger und ich hab, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst gehabt, dass sie das, äh, irgendwie so unter den Teppich kehren. Ja. Weil, äh, man hat ja gesehen, er ist da voller Staub oder Sand und irgendwie müssen ja wahnsinnig viele Jahre ins, äh, ins Jahr gegangen sein und, ähm, dann hab ich gedacht, okay, wie wollen sie das jetzt wieder auflösen? Mhm. Äh, äh, aber wir haben ihn tatsächlich da wieder abgeholt, wo er ist. Er sitzt da in diesem schäbigen Motel, wo er, äh, Stubbs ja quasi gerettet hat und, äh, ist, äh, Sand bedeckt und man weiß nicht, wie viele Jahre vergangen sind und, aber wir fangen genau da an. Er wird plötzlich wieder reaktiviert, würde ich mal sagen und, äh, putzt sich den Sand erstmal von den Schultern und, äh, tja, auch Stubbs ist noch da und sagt, ja, es wurde ja auch mal Zeit, dass du aufwachst, Alter, ne? Wir müssen, äh, allerdings dazu sagen, dass wir ja vorher noch, äh, tatsächlich das erleben, was, äh, Bernard im, äh, Sublime, also halt im Host-Paradies so, äh, 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 zu Gesicht bekommt. Und, äh, und, äh, das ist, äh, ja, in gewohnter Weise eigentlich verschwurbelt, ne, wie man das kennt. Also, äh, man kann es ja mal kurz, also, es ist schon tatsächlich sehr, äh, 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 mysteriös natürlich alles wieder, äh, einsteigen tun wir nämlich damit, dass, äh, Bernard, äh, beziehungsweise ja dann eigentlich eher Arnold, äh, seine Augen öffnet, beziehungsweise er hört die Stimme seines Sohnes Charlie, ähnlich wie in der ersten Staffel. Und, äh, wir sehen, dass es aber anscheinend wirklich eher Arnold ist in seinem Haus, was wir ja auch schon sowohl in der zweiten als auch der dritten Staffel vor allem bewundern durften. Er hält auch dieses, äh, Geduldsspiel in der Hand, das Labyrinth, und, äh, Charlie nimmt es ihm weg, Arnold geht hinter ihm her, Charlie flüchtet durch eine Tür, Bernard auch hinter ihm her. Und, äh, und Bernard landet aber dadurch auf einer grünen Wiese und ist anscheinend wirklich im Host-Paradies. Und, was sieht er dort? Einen brennenden Baum, das ist auch, glaub ich, der Baum, den Dolores oft gezeichnet hat und unter dem sie auch stand im Finale der dritten Staffel. Und er sieht ein weißes Pferd in der Ferne, ist halt alles ein bisschen, ja, schon wirklich so leicht esoterisch angehaucht, ne? Biblisch, würd ich sagen. Ja, biblisch. Ja, und er ist ja auch in, in Westworld quasi wieder irgendwie, ne? Genau. Also, in dieser Western, äh, Stadt. Mhm. Plötzlich sind alle tot, ja, das Pferd läuft halt noch so ein bisschen rum und man weiß, klar, das muss jetzt irgendwie so eine Art, äh, Host-Traum sein oder eben, was ihm eingepflanzt wurde. Ja, es ist auf jeden Fall ein Rückgriff auf ziemlich vieles, was wir in Staffel 1 gesehen haben, ne? Ja, also halt der verwüstete Park, tote Hosts, man sieht sogar diesen Wolf auch wieder, äh, er geht ja dann auch kurz in den Saloon. Aber es gibt dann ne Überleitung, die ich sehr interessant fand, er läuft dann nämlich weiter und landet, äh, ja, in der Kulisse der Riots am Ende der dritten Staffel. Äh, es ist zwar nur relativ kurz, aber man sieht eindeutig, dass das das ist und da hab ich mir dann so die Frage gestellt, weil in der dritten Staffel sehen wir nämlich, also nicht bei den Riots, sondern schon eher, äh, als Charlotte Hale mal irgendwie nach Hause geht zu ihrer Familie. Und da halt so langsam die Unruhen ausbrechen, aber halt noch nicht so hart dann wie im Finale. Da ist irgendwo das Labyrinth-Symbol an die Wand gesprayt. An irgendeine, ne, ne, ne Wand, äh, äh, irgendwie in einer, in einer Seitengasse oder so. Und da dachte ich mir dann, gibt es hier vielleicht ne Verbindung dazu? Es gibt immer ne Verbindung. Wie oft werden wir das Labyrinth jetzt wieder sehen? Ja, das ist wieder sehr präsent. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das, äh, wieder so ausgraben und so unglaublich präsent, äh, machen, weil, sagen wir mal ehrlich, in der zweiten und dritten Staffel war dieses Labyrinth jetzt nicht mehr so allgegenwärtig. Es ist eben wirklich wieder so clusters back to the roots und da kommen wir auch in anderen Handlungssträngen wieder zurück, dass Westworld sich jetzt sehr gern wieder selbst zitiert. Oh ja, insbesondere in dieser Folge hier. Das hatten wir schon in der zweiten, aber, äh, in dieser hier, ja, da kommen wir vielleicht später zu. Auf jeden Fall ist, also es ist auch nur relativ kurz, er folgt die ganze Zeit diesem weißen Pferd und das kennen wir ja auch irgendwoher. Deshalb kann man vielleicht sogar ahnen, auf wen er hier trifft. Jedenfalls, äh, läuft er dann weiter und landet dann tatsächlich, ja, das war merkwürdig. Da ist so ein, so ein, so ein, so ein Gebilde wie so ein, äh, wie, wie beschreibe ich das jetzt? Wie so ein Pavillon eigentlich so ein bisschen, ne? Hm. Hat irgendwie auch was von einem Netz und das ist ja dann auch kein Zufall, denn, äh, äh, erst liegt das Labyrinth vor ihm auf dem Boden. Also halt dieses Geduldsspiel, ich finde es großartig, muss ich zugeben. Da hättest du gerne was? Das, das hätt ich gerne, ja. Ja, ja, William Wolff kann ich haben, ne? Verdammt. Tja, stimmt. Im, äh, im Tele-Stammtisch-Fanshop werdet ihr es wahrscheinlich, äh, bei der, bei der fünften Staffel in zwei Jahren bekommen. Natürlich. Ja, er hebt das Labyrinth auf. Ja, es ist wirklich sehr präsent hier, Thilo, ne? Also, auch schon in der Folge mit Dolores in der ersten, äh, mit, mit Christina. Christina, ja. Ich sag mal wirklich immer noch Dolores. Ja, auf dem Balkon, wo sie das dann findet, ja. Ne, da war es auch auf dem Boden. Ja, es ist schon, ist schon auffällig. Äh, jedenfalls sieht Bernard, äh, den Tower. Den wir ja auch schon irgendwie so mehr oder weniger aus den anderen Folgen kennen. Äh, wo ich noch eine Anmerkung zu machen muss. Weil ich hab ja Folge zwei jetzt auch noch mal in beiden Sprachversionen gesehen. Und da ist mir noch mal bewusst geworden, dass anscheinend, also da, da gibt's ja die ganze Zeit diesen Obdachlosen in der Fußgängerzone. Und der sagt, nicht nur hört ihr das Lied ohne Ton, was auch sehr interessant ist im Hinblick auf diese Folge jetzt hier. Ähm, sondern es scheint wirklich so, dass die alle den Turm nicht sehen können, ne? Da scheint so eine Art Wahrnehmungsfilter zu sein, würde ich sagen. Ja, wie man's, äh, von den Hosts kennt, ne? Doesn't look like anything to me. Genau. Oder, äh, welche Tür, ne? Aber, äh. Nun ja, Bernard betritt den Turm und der ist vom Design her tatsächlich, äh, wirklich mal was anderes, ne? Also der ist komplett steril eigentlich, aber die Wände sehen aus wie von riesigen Spinnenweben überzogen. Fand ich irgendwie toll, es hatte was. Hatte auch schon wieder ein bisschen was von Matrix mit dem Mechaniker. Ja, so ein bisschen, ne? Die ganze Szene dann auch, die dann jetzt hier kommt, die erinnerte mich entweder an den Architekten in Matrix oder aber auch vielleicht an Morpheus. Äh, ne? Wie sie da halt so in diesen Sesseln sitzen. Denn wer empfängt hier Bernard? Eine Figur, die wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben seit der zweiten Staffel. Aber das Pferd hat es ja schon angedeutet. Nämlich Akichita. Da war ich tatsächlich so ein bisschen perplex. Was, was ausgerechnet der Typ hier verloren hat, wenn ich ehrlich bin. Ja, hat mich auch gewundert, dass wir den wieder sehen. Wobei der Typ, also der Darsteller, ich hab jetzt den Namen nicht präsent, aber der ist halt, der ist halt Wahnsinn. Also den hat man auch in Fargo, äh, gesehen in den Staffel 3 war der unglaublich gut. Das Silicon Valley haben wir den auch gesehen, der ist ganz gern bei HBO dabei. Ja, der war auch, glaub ich, äh, ich kann mich irren, aber ich glaub, der war auch in Dr. Sleep, äh, im Kino zu sehen, glaub ich. Zan McLaren heißt der, das ist auch, glaub ich, wirklich ein, äh, indigener, äh, Ureinwohner wahrscheinlich, ne? Ja, ja, also böse Zungen könnten sagen, das ist so der Quoten-Indianer, aber, äh, der ist, äh, durchaus viel mehr. Ja. Der spricht ja anscheinend auch Navajo oder so, ne? Ja, das, äh, ne, ja, ich, ich muss sagen, ich mochte den, äh, sehr gerne in dieser Indianer-Folge in der zweiten Staffel. Die hat mir auch gut gefallen. Die ja Chris gar nicht leiden kann, schöne Grüße. Ehrlich? Ich fand die, ich fand die richtig stark. Die war zwar so ein bisschen so ne, so ne Filler-Episode, also, die hätten wir auch weglassen können, ohne, dass es der Handlung geschadet hätte, aber die war für sich gesehen, war die einfach stark. Auch, dass sie die ganze Zeit eben, ich glaub, Navajo gesprochen haben, äh, war großartig, ja. Es war eigentlich ein kleiner Kurzfilm für sich, dem der Westworld-Bezug irgendwie aufgedrückt wurde. Ja. Für mich gefühlt. Vor allem herausragend inszeniert von, das kann man hier nochmal anmerken, von Uta, äh, Brisewitz, einer, äh, Regisseurin, glaub ich, hier aus Leverkusen. Ach was. Die, äh, eigentlich eine Kamerafrau ist, soweit ich weiß, und, äh, die hat jetzt auch zuletzt hier im Virat der Zeit hat die jetzt auch inszeniert. Für Amazon, aber hier in dieser Westworld-Folge hat die, die hat da wirklich zum Sterben schöne Shots mit Gegenlicht. Ja. Zu so ähnlichen kommen wir auch in dieser Folge nochmal, aber, äh, das muss ich hier nochmal loswerden. Ja, Akechita empfängt ihn, bietet ihm auch, glaub ich, direkt irgendwie was zu saufen an. Feuerwasser. Ja, Feuerwasser, natürlich. Feuerwasser, wie es sich fürs Paradies gehört, ja. Ähm, und Bernard ist so ein bisschen perplex, wo er hier gelandet ist, und ich muss sagen, ich fand die Szene auch in einer Hinsicht unfreiwillig komisch, weil die sitzen da halt und das ist irgendwie alles total seriös und währenddessen steht dieses Pferd völlig random in der Gegend drauf. Das, das war irgendwie ein bisschen, ein bisschen weird. Naja. Akechita erklärt ihm dann, dass das hier nur eine der vielen Welten ist und dass die anderen Hosts sich in ihre jeweiligen Welten zurückgezogen haben und dass Bernard aber der einzige ist, der, äh, ja, immer noch in seiner Handlungsschleife lebt und, äh, auch nicht so wirklich, äh, den, den Übergang schafft. Und dann erklärt ihm Akechita tatsächlich auch, wie diese Welt hier funktioniert. Und dann dachte ich mir auch so, wow, Westworld goes Multiversum, ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber Westworld hatte die ganze Zeit schon die Multiversum mit der Shogun-Welt unter anderem und der Game-of-Thrones-Welt. Äh, durchaus, ja. Ich meine, das Host-Paradies, das ist ja auch nicht neu, ne? Das haben sie ja schon ab Staffel zwei etabliert. Und wie Akechita ihm das erklärt mit einem Papiertaschentuch, ja, hat mich so ein bisschen an Interstellar erinnert. Aber es war, es war ja durchaus verständlich, äh, auch wenn ich mir so dachte, nicht nur, nicht nur Westworld goes Multiverse, sondern Bernard goes Doctor Strange, ne? Bei Event Horizon war es ja auch, äh, ähnlich erklärt dann. Ja, da hatten sie es leider auch geklaut, ne? Ja, ja. Das muss man da eingestehen. Ist inzwischen so ein bisschen Klischee geworden. Das ist, das ist wirklich schon ein bisschen Klischee geworden. Und auch jetzt das, was ihm Akechita halt unterbreitet, ist, dass, also erst mal ist es so, und das halt auch wie das Spiel mit der Zeit, ein Jahr in der Realität ist ein Millennium im Sublime. Das, äh, wirklich Interstellar lässt grüßen, ne? Oder Inception auch so ein bisschen. Nee, aber im Grunde interessantes Thema auch dieses, äh, diese verschiedenen, ähm, Zeitebenen. Also, dass in der einen Welt die Zeit anders verläuft, langsamer oder eben schneller als in der anderen, fand ich, haben sie auch wieder eigentlich so ein, ne, ne neue Kiste aufgemacht, finde ich. Auf jeden Fall. Und es ist, passt ja auch, also es wirkt ja jetzt nicht irgendwie reingedrückt von wegen, oh, alle machen Multiverse, wir machen auch Multiverse, sondern es, es passt da schon rein. Aber, ja, Bernard wird hier wirklich zu so einem Doctor Strange, der halt irgendwie dem, dem, dem gefühlte, äh, tausend Simulationen oder noch mehr, aber Millionen eigentlich, glaube ich, unterbreitet werden. Alle diese Pfade enden aber in Zerstörung, beziehungsweise in seinem Tod. Und ein einziger aber nicht, wenn er eben im Sublime bleibt. Und, äh, sich dann da wahrscheinlich auch irgendwie eine eigene Welt aufbaut. Das heißt ja dann auch, dass, äh, diese Simulation, die wir jetzt hier sehen, dass die auch tatsächlich dadurch entstanden ist, weil Bernard sie sich selber geschaffen hat. Das heißt also, äh, bis er endgültig ins Host-Paradies übergehen kann, äh, hat er hier noch halt vieles, was ihn, was ihn beschäftigt. Und ihm liegt er doch irgendwie, als Hybridwesen liegt Bernard wohl die Menschheit deutlich mehr am Herzen als den allermeisten Hosts, ne? Vor allem Dolores, ja. Ja, Dolores auf jeden Fall. Aber, aber, äh, mal ganz ehrlich, Leute, wie ging's euch? Also dieses, oh, ich muss die Welt retten, das klang für mich, das war für mich so cheesy irgendwie, äh, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich Westworld unwürdig. Ich dachte, wird er jetzt zum scheiß Propheten? Ja. Als er dann mit seinem ganzen Wissen da später noch rumläuft, aber ja. Ich fand das, ich fand das albern. Ja, es war so ein bisschen pathetisch tatsächlich. Ja, genau das, das Wort ist das Richtige, ja. Das tat mir dann auch ein bisschen leid um, äh, Jeffrey Wright, der eigentlich immer großartig ist. Aber das ist dann halt so ein bisschen, ich mein, gut, sie veralbern es dann ja im Laufe der Folge dann auch so ein bisschen mit Stubstern später. Äh, und William war ja auch so ein bisschen im Modus am Ende der dritten Staffel. Oh, ich muss jetzt die Welt retten. Äh, aber ja, es, es, es wirkte so ein bisschen, so ein bisschen albern, da hast du schon recht. Bisschen aufgesetzt. Sobald sie das aussprechen, wird's noch alberner, wenn sie sagen, oh, wir sind grad so albern. Das ist wie bei Fast and the Furious, wenn sie sagen, ja, das ist grad ein bisschen albern. Family. Family, ja. Ja, äh, so weit kommt's hier allerdings nicht, denn, äh, Bernard erwacht abermals und dann gibt's ziemlich schnelle Schnitte. Wir sehen den Tower, wir sehen dieses komische Spinnennetzgebilde und wir sehen, dass sie anscheinend auch von der Riot Control, also diesen mega geilen Transformern, die wir in, äh, der dritten Staffel hatten, dass sie davon beobachtet werden und man merkt jetzt, Bernard hat jetzt wohl irgendwie endgültig das zweite Gesicht, weil er kann jetzt wohl wirklich in die Zukunft sehen und er hat auch einen Pfad jetzt wohl gesehen und weiß auch, wie er endet, aber in jedem dieser Szenarien stirbt er eben. Aber ungeachtet dessen erwacht er dann, was ja Thilo schon meinte, genau da, wo wir ihn in der Post-Credit-Szene der dritten Staffel verlassen haben, nämlich, joach, in diesem Psycho-Gedächtnismotell, äh, unordentlich verstaubt. Ja, genau. Stubbs hat dann echt die ganze Zeit gewartet, ist er nicht zwischenzeitlich was futtern gegangen oder hat sonst was gemacht? Ich glaube, der hat sich auf Stand-by-Modus gestellt, das könnt ihr, das ist ja das Gute dran. Ja, obwohl er war ja zuletzt, ähm, in der Badewanne. In der Badewanne, genau. Genau, ich, ich, ich dachte mir wirklich, hat der jetzt all die Jahre in der Badewanne gelegen? Äh, äh, ich glaube schon. Das, ich meine, der hat ja auch gesoffen, glaube ich, ne, aber der Alkohol bringt ja auch nichts bei den Hosts, also, es ist schon irgendwie drollig, aber Stubbs ist auf jeden Fall wieder auf den Beinen und kommt dann auch direkt angelaufen, als Bernard aus seinem, äh, sagen wir mal, sehr langen Schlummer erwacht. Also, es deutet sich dann auch schon an, dass, äh, und das, das haben wir auch schon am Ende der dritten Staffel gesagt, dass hier wohl wirklich eine ziemliche Zeit vergangen ist. Stubbs kommentiert das dann zwar so trocken mit, ja, er hat jetzt mehrere Jahre auf den gewartet, aber, ja, man muss bedenken, Stubbs ist ja auch ein Host und hat auch nicht so wirklich Zeitempfinden, genauso wie Bernard, ne? Na eben, also, wie gesagt, der konnte sich ja auch auf Standby stellen und, äh, einfach warten, bis der aufwacht, das tut ihm ja nichts, ne? Ja, aber die Staubschicht, das dauert schon ein bisschen, bis die kommt. Ja. Ja. Die war schon halb braun, da muss schon einiges passiert sein. Ja, und das Motel war ja irgendwie auch schon, äh, quasi halb abgerissen, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ja, das war nur noch so ein Überbleibsel. Also, generell fragt man sich dann, also, das ist, das ist so die Frage jetzt. Also, erst denkt man ja, das waren halt die sieben Jahre jetzt, ne? Die ja auch zwischen den beiden Staffeln vergangen sind. Genau. Aber sagen wir mal ehrlich, man ahnt schon, irgendwas stimmt hier doch nicht, ne? Auf jeden. Also, dass Bernard wohl deutlich länger weg war als sieben Jahre, denke ich mal. Oder nur ein paar Jahre. Bei Bernard, da weiß ich prinzipiell, dass nicht mit richtigen Karten gespielt wird. Also, da denke ich mir immer, irgendwas ist da noch im Busch. Ja, definitiv. Und, äh, ja, Stubbs hat übrigens im Deutschen tatsächlich eine neue Synchronstimme jetzt. Und lustigerweise die von Dr. Strange. Ach was? Oh mein Gott. Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen. Ja, ich weiß auch nicht, ob da irgendwie, äh, weiß man ja nicht. Da gibt's ja verschiedene Gründe immer für. Jedenfalls hat Stubbs Jahre gewartet. Und was schon mal sehr seltsam ist, also Bernard hat sich wohl irgendwie gar nicht verändert, äh, durch seinen Trip ins, äh, Host jenseits. Kennt aber dann lustigerweise jeden Spruch, den Stubbs irgendwie reißen will. Aber Bernard kann am Anfang zumindest kaum stehen. Also, die Gelenke von dem, die müssen sich wieder erst so einrenken. Äh, fand ich ja irgendwie ganz amüsant. Und dann weist den Bernard vor allem noch darauf hin, dass Stubbs eine Schaufel mitnehmen soll. Und er fragt sich erst, was für eine Schaufel. Und die steht tatsächlich draußen. Und da sehen wir dann auch noch mal, dass die Umgebung wirklich anders aussieht, als am Ende der dritten Staffel, ne? Ja, ich würde aber nicht sagen, dass er die Zukunft sehen kann, sondern ich glaube, es macht den Eindruck, als hätte er das alles einfach hunderttausendmal schon erlebt. Ja. Deswegen weiß er, was kommt. Ja, entweder das oder er hat's zum Großteil gesehen und er kann dann quasi gefühlt so ein paar Minuten in die Zukunft sehen. Das sehen wir dann ja auch bei dieser Dinner-Szene, dass er dann merkt, okay, die Frau macht mir jetzt gerade einen Fleck. Also, ich glaube, er kann so einen minimalen Bruchteil in die jetzige Zukunft schauen, also in die Gegenwart. Ich glaube eher, wie gesagt, er hat das einfach schon dutzende Male erlebt. Und ich glaube nicht, dass das mit in die Zukunft schauen zu tun hat. Ja, er kennt halt das Szenario, ne? Er kennt's, ja. Er kennt's. Das ist ein Loop. Genau, er kennt den Loop und die Version zumindest, in der er sich hier bewegt. Und er sagt das dann ja auch später, äh, es muss halt alles genauso sein, sonst landen wir in, äh, in einer anderen Version, äh, der Ereignisse. Und, also, das meint er dann später zu Stubs in dem Diner. Und, ja, da wird dann halt auch wieder Multiversum aufgemacht, ne? Sie fahren dann durch die Wüste. Und da ist mir aufgefallen, da war so ein Schild. Ich weiß nicht, da stand irgendwas davon, dass die Gegend eventuell, äh, Strahlen kontaminiert ist. Also, Atom. Das fiel mir auf. Also, auch wieder so ein schönes Detail. Fahren da vorher durch die Wüste, was auch in sehr, sehr schicken Aufnahmen mal wieder ist. Da ist doch so ein richtiger Trailer-Shot. Den sah man dann im ersten Teaser auch schon. Und sie gehen dann in dieses Diner rein, was lustigerweise, glaube ich, Roads End Diner heißt. Äh, mal wieder besonders subtil. Das man halt von der Serie kennt. Die setzen sich dann dahin und Stubs, äh, will sich irgendwie ein Pastrami-Sandwich bestellen. Und Bernard sagt dann zu ihm, nein, äh, du wirst dir ein Thunfisch-Sandwich bestellen. Und dann, ich glaube, die Kellnerin sagt dann auch, Pastrami ist aus. Und er muss dann halt trotzdem Thunfisch nehmen. Und Bernard weiß das halt alles. Bernard selber will aber nur einen Kaffee und leiht sich dann einen Stift von der, äh, von der Kellnerin. Und zeichnet das Labyrinth-Symbol auf so eine, ich glaube, auf so einen Bierdeckel oder was das ist. Und, äh, meint dann auch nochmal zu Stubs, dass wirklich, äh, jede Entscheidung, die sie jetzt treffen kann, ein anderes Multiversum auslösen. Also, es ist wirklich so. Also, ich habe ja auch in meinen Notizen stehen, Bernard goes Dr. Strange. Ah, furchtbar, was so eine kleine Entscheidung auslösen kann. Was für ein Sandwich du futterst. Obwohl ich es dann, ach ja, ich fand das mit Stubs, ehrlich gesagt, äh, das ist schon gut, dass der Charakter dabei ist, weil dadurch kommt wenigstens mal ein bisschen Humor rein. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Stubs wieder auch eine relativ präsente Rolle hat, weil die Chemie zwischen den beiden, äh, ist einfach super. Dieses auch ein bisschen Bickering. Äh, wie man es auch bei Maeve und Caleb kennt. Das hat einfach Spaß gemacht, den zuzuschauen, finde ich. Vor allem ist Bernard, beziehungsweise Jeffrey Wright, das ist wirklich ein guter Companion. Also, wenn du jemanden neben ihn stellst, da ist instant meistens direkt eine extrem coole Chemie vorhanden. Sonst wäre es wirklich eine extrem dröge Prophetenummer geworden, wahrscheinlich. Ja, vor allem Bernard ist ja schon so wirklich in Bedeutungsschwangeren, äh, Dauermodus so ein bisschen auch, ne? Also, da ist das mit Stubs wirklich willkommen, ja. Außer wo er sich dann gerade kloppt und Stubs dann sein Sandwich isst. Genau. Zu Blondie. Das fand ich extrem lustig geschnitten. Ja, mit der Jukebox, ne? Wo dann, äh... Ja? Ja, stimmt. Er sucht sich ja den Song sogar aus, ja. Call me von Blondie, ja. Debbie Harry at its best. Wir haben eh, äh, einiges wirklich an Musik in dieser Folge, ne? Also, nachdem wir in der zweiten gar nichts hatten, äh, ballern sie jetzt hier wirklich aus allen Rohren, was, was Musikcover und Musikzitate angeht. Ja, komm, ist Christina mal weg, aka Dolores. Geht die Party los. Genau. Ja, ja, Dolores, äh, Schreckstrich Christina glänzt ja durch Abwesenheit. Jedenfalls, äh, ja, schnappt sich Bernhard diese beiden Typen und, äh, verstaut sie im, im Kofferraum. Also, der, der macht relativ kurz einen Prozess mit denen, ne? Der hat dann irgendwie ein Messer und, äh, hat dann, schnappt sich, glaube ich, dann irgendwie auch so eine, so eine Kette von dem Pickup oder was und, äh, verprügelt die dann damit ziemlich schnell. Und vor allem puzzelt er die schön, weil er genau weiß, was der, äh, als nächstes sagen wird. Der eine Thug. Genau, ja. What the hell are you doing here? Ja, da merkt man auch schon, irgendwas, äh, ist mit den Typen komisch, ne? Das scheint eine absolute Redneck-Gegend zu sein. Ja. Wahrscheinlich. Ja gut, das, das würde ja sogar passen hier, ne? Ja. Dann kommt Stubbs raus und, äh, wundert sich und sie schleppt mir immer noch diese blöde Schaufel durch die Gegend. Und, ähm, äh, Bernhard hat sich dann ja um die Typen gekümmert, die liegen ja im Kofferraum und meint dann auch zu Stubbs, ja, wir brauchen den Wagen jetzt nicht mehr, weil da kommt ein anderer angerollt, der im Gegensatz zu der ollen Rostlaube hier auch ziemlich modern aussieht, ne? Ja, und, äh, elektrobetrieben, hört man an dem Sound, äh, dass es kein Verbrennungsmotor ist. Stimmt, stimmt, das ist ja immer der, der Clou bei, äh, bei, äh, E-Fahrzeugen, ne? Dass die, dass die, äh, äh... Ziemlich lautlos, ja. Ja, da ist ja, glaube ich, äh, ich hab sie irgendwann tatsächlich abgebrochen, es gibt doch diese Nicolas Winding Refn, äh, Serie auf, äh, Amazon hier, äh, To Old to Die Young heißt die, glaube ich. Ja, ich hab die durchgehalten. Okay. Aber die ist auch anstrengend. Nicht, ja, die ist sehr anstrengend, aber da gibt es auf jeden Fall, ich weiß nicht, äh, ob du mal von gehört hast, Thilo, da gibt es eine Verfolgungsjagd mit einem E-Auto und die ist tatsächlich komplett lautlos. Also, das, das hat schon was irgendwie, ne? Nicht fast and furious. Genau, ja, ohne Family. Die, äh, die, äh, die, äh, die Fahrerin überfährt sie dann fast und, äh, wir haben den Auftritt, äh, einer, äh, Newcomerin, also jetzt nicht ein Guest, sondern wirklich, äh, äh, neu im Cast. Und zwar Aurora Perineu. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus und deren Rolle wird ja nach wie vor noch ein Geheimnis gemacht. Sie hat hier tatsächlich, wie so viele Figuren auch keinen Rollennamen. Soweit ich weiß, ist die aus der Serie When They See Us, äh, vor allem bekannt. Ach, da erkenn ich die. Die hat auch, glaub ich, noch nicht so viel gemacht, aber es wird halt sehr viel Geheimniskrämerei, äh, darum betrieben, wen sie jetzt hier genau spielt. Und nach dieser Folge kann man das vielleicht auch nachvollziehen. Aber wir sind jetzt innerhalb von 20 Minuten von Multiverse zu Mad Max geswitcht. Ja. Von der Stimmung, was ich auch sehr krass fand. Ja, vor allem kommt hier was wieder, was wir uns ja doch so ein bisschen erhofft hatten von der Staffel, ne? Das, was wir die ganze Zeit vermisst hatten nach diesen Andeutungen in der letzten Folge. Damit hatte ich echt nicht so gerechnet hier. Wie, wie war das bei dir, Thilo? Äh, witzigerweise haben wir uns ja damals, äh, drüber unterhalten. So, wie lange ist Bernard jetzt da, äh, sitzt er da, äh, und, äh, bis da der Staub sich auf ihn legt. Und, äh, dann, äh, geht das ja so Richtung Mad Max. Das haben wir damals tatsächlich ja schon so ein bisschen vorausgeahnt. Ja. Jetzt sind wir tatsächlich bei Mad Max. Also, da kommen ja, wir sind vorweggegriffen, aber die Leute von der Fahrerin, die, die sie ja mitnimmt, äh, die alle mit solchen Gefährten unterwegs sind, die wir halt aus den Mad Max Filmen kennen. Äh, und, äh, ja, die überfährt sie fast und soll ihr anscheinend die, die Typen da abholen. Und, äh, Bernard zeigt ihr dann allerdings die Labyrinth-Zeichnung und dann, also, die wechselt jetzt nicht völlig die Stimmung, die ist zwar immer noch misstrauisch, aber die lässt sie dann tatsächlich einsteigen und scheint irgendwie einer Widerstandsbewegung anzugehören. Bernard präsentiert ihr dann in seiner Tasche, ja, das Host-Hirn und, äh, da peilt man dann, beziehungsweise sie dann durch Bernard, dass anscheinend dieser Widerstand, zu dem sie gehört, dass der infiltriert werden sollte durch, äh, Mitglieder, die in Wahrheit Hosts sind. Sagen wir zu Ehren von Chris nochmal, er zeigt ihr ihr Bällchen. Ach Gott, ja. Sorry. Das Bällchen, ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall, das, man, man sieht ja den, den Host-Kopf, der offen ist und dann da drin die Kontrolleinheit, die aussieht wie so ein Rauchmelder. Sie reden dann irgendwie auch über, äh, ich, ich weiß gar nicht, Land der Verdammnis oder was, ne? Das wird eher so am Rande erwähnt, auf jeden Fall, äh, wollen sie da irgendwie hin und dann meint die so, oh, da ist doch nur Sand und nichts, absolut gar nichts. Und Bernard weiß aber sehr genau, dass diese Organisation nach irgendwas sucht und will bei der Suche helfen. Und, äh, die Unbekannte lässt sich dann zumindest breitschlagen, aber die müssen sich die Augen verbinden. Ach ja, da, genau, da gibt's dann so eine ganz kurze Szene, wo sie dann auch nochmal irgendwie anhalten und dann da so eine Lichtschranke ist. So ein Laser-Grid, den sie mit Spiegeln irgendwie quasi austricksen müssen, so Haste-mäßig irgendwie. Ja, oder sie, sie streut ja so Sand, äh, in die Gegend und dann sieht man halt, dass da eben so eine, so eine Laserschranke ist. Äh, und dann müssen Stubbs und Bernard das so anheben, äh, und dann können sie passieren. Dann, äh, landen sie irgendwann tatsächlich bei diesem Widerstand und, äh, die kommen angerollt auf Buggies. Die sollen, also die, die sehen halt aus wie gepimpte Strand-Buggies oder so. Ja, Mad Max-Buggies halt. Ja, Mad Max-Buggies. Es ist, es ist, es ist irgendwie weird und gleichzeitig geil. Wirklich typisch Mad Max eigentlich. Total. Fehlt nur noch Tina Turner, die ums Eck kommt. Ja, oder, oder Charlize Theron, obwohl die Anya Taylor-Joy spielt ja jetzt, äh, Furiosa, wird ja gerade gedreht. Dann muss man jetzt hier allerdings auch wirklich, äh, die letzten Fan-Hoffnungen zerschlagen, weil hier sehen wir dann nämlich jetzt denjenigen, den, äh, Lisa Joy aus, äh, dem Cast von Reminiscence hier rübergezogen hat. Nämlich Daniel Wu. Der spielt den Anführer wohl, der hat auch vorher so einen Helm auf, womit er fast selber aussieht wie ein Host. Gibt sich dann immer zu erkennen und ja, also wir müssen euch leider enttäuschen. Ich glaub mit, äh, einem Cameo, äh, von, äh, Hugh Jackman, das wird hier nix mehr. Pech. Ja, hab ich mir leider halb gedacht, dass es irgendjemand ist, der nicht ganz so prominent ist oder weniger hochbudgetiert. Aber woher kennt man, kennt man diesen Typen, diesen Daniel Wu? Ähm, ich weiß, dass er, glaub ich, in dem Tomb Raider-Film mit, äh, Alicia Vikander drin war. Ah, okay. Ach, in Warcraft The Beginning, äh, war der unter Tonnen von CGI, äh, als, äh, Bösewicht zu sehen. Äh, und aus der Serie Into the Badlands kennt man den vor allem. Mhm. Ja. Also ich hab den jetzt auch noch nicht so gesehen, der hatte in Reminiscence auch eine relativ kleine Rolle. Äh, da hat der irgendwie so einen, so einen Klischee-Gangster gespielt. Da gab's einmal so einen, so einen, so einen Ausflug nach New Orleans, glaub ich. Da war so eine, so eine Bar-Szene und dann so ein, so ein Kampf, der auch noch eine der besten Szenen aus Reminiscence war. Und da tauchte Daniel Wu auf. Äh, jedenfalls ist er hier halt der Leader und Aurora Pirineo, äh, gibt ihm dann auch den Host-Kopf. Bernard, äh, trauen die zwar noch nicht so wirklich, aber Bernard weiß, dass sie eben hier was suchen. Und spricht davon, dass er ihnen helfen kann, eine Waffe zu finden, die im Sand vergraben liegt. Ja, jetzt ist die Frage, äh, in Hinblick, äh, auf, auf das, was noch kommen könnte, was, was, was habt ihr hier vermutet? Was kann er damit meinen, mit der Waffe? Weil es wurde ja schon mal, äh, von der Forge als Waffe gesprochen, in der zweiten Staffel beispielsweise, ne? Mhm. Also mich hat so ein bisschen an Harry Potter erinnert, da ging es ja irgendwie auch darum, ja, da gibt's so eine Waffe und das war ja dann alles nur so ein Hoax. Ähm, ja. Und am Ende hat sich's dann rausgestellt, ja, mit einer Waffe hat das gar nicht viel zu tun. Äh, ging mir so ein bisschen in die Richtung. Also, ich bin mal gespannt. Ich würd fast schon sowas wie so eine große EMP-Bombe vermuten, die alle Hosts quasi gleichzeitig ausschalten könnte. Das würd ich in der Westworld-Welt als große Waffe verstehen. Ja, ich mein, so ein EMP hatten wir ja auch in der dritten Staffel, ne? Da wurde ja Solomon, äh, mit in Schach gehalten. Äh, und die hat ja dann auch Dolores abgekriegt. Oder ausgelöst am Ende. Ja, es könnte natürlich sein. Also, es dürfte ja sehr wirksam sein, auf jeden Fall gegen Hosts. Äh, nur warum ist sie unter Sand vergraben? Also, ich, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen verwirrt gewesen bei der ganzen Nummer. Ich hoffe nicht, dass es schon wieder das Labyrinth ist. Äh, das hat er ja in der Hand. Oder, ne, hat er. Ne, ne, stimmt, hat er nur Mr. Plime gehabt, ja. Nun ja, äh, wir werden, äh, da jedenfalls erst mal allein gelassen, äh, für diese Woche zumindest. Also, ich bin wirklich gespannt, was da kommt und wie viel wir wohl von dieser, äh, Mad Max, äh, Westworld sehen werden. Oder Post, Post-Westworld, was weiß ich. Ja, kleiner Nachtrag, man kennt ihn noch aus New Police Story, also an der letzten bekannten Check-E-Charlie-Filme. Ja, klar. Ja, gut, ja, dann ist das ja schon, hat sie ja schon gemacht hier, ne? Wir wechseln nämlich rüber zu Maeve und Caleb, äh, die wir ja bekanntlich zuletzt erlebt haben, äh, wie sie in den neuen Park stolzierten. Und den kriegen wir dann jetzt hier auch wirklich zu sehen. Der heißt irgendwie Temperance. Und ich hab jetzt auch online gelesen, dass dieser ganze neue Park anscheinend Gangland heißt. Oh Gott, klischeehaft, da geht's nicht. Ja, das klingt so ein bisschen nach Fort Fun, ne, endgültig. Ja. Oh, komplett. Aber man muss sagen, HBO hat sich hier nicht lumpen lassen. Oh ja. Es ist hier vom Produktionsdesign und vom Aufwand her wirklich vom aller, aller, aller feinsten, was wir hier kriegen, ne? Das war Eye Candy ohne Ende. Ja, ja. Chris wird hier wirklich am Boden liegen, schon allein wie Maeve in ihrem 20er-Jahre-Outfit aussieht. Ja. Und wie Maeve dann direkt sagt, ja, lass dich nicht ablenken, das ist nur eine Side-Quest. Und dann sehen wir, wie eine Person eine Dose fallen lässt. Und die sagt, nee, nee, heb die Dose nicht auf. Und dann sehen wir quasi die nächste Dolores. Ja. Die quasi schon fast ums Eck kommt und hofft, dass er die Dose aufhebt. Ja, und da muss man jetzt tatsächlich mal für mich zumindest einen Elefanten im Raum ansprechen. Weil, Thilo, du hattest dich ja wirklich sehr gefreut auf den Park. Ja. Und das wirkte auch so frisch und vielversprechend. Und ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, wie ging's dir, als du so verstanden hast für dich dann wahrscheinlich auch, oh, das ist jetzt eigentlich nur wieder the same old shit. Ja, ähm, da sprichst du genau das, äh, Problem an, das ich hatte. Also, wie gesagt, ich hab mich erst diebisch gefreut, wie gesagt, dieses Set-Design. Allein diese Autos, also die auch da frisch gewienert rumstanden. Wahnsinn. Und du denkst, wo haben die die hergeholt? Äh, und dann ist es im Grunde ein müdes Remake gewesen aus der Western-Stadt, aus der Western-Welt. Ja. Und, äh, da war ich tatsächlich enttäuscht. Und ich glaub, da ging's dir ähnlich. Ja, tatsächlich. Da ist in uns allem wahrscheinlich der Jeff Goldblum aus Jurassic World 3 rausgekommen. Irgendwie bin ich kein Fan davon. Ich fand, das war echt so ein lasches Remake, vor allem. Sogar Maeve war davon genervt, die gemeint hat, ich hatte damals deutlich mehr Klasse. Ja. Und ich stimme ihr dazu. Also, ich war da komplett auf Maeve's Seite, die das wirklich wie so ein schlechteres Remake mit ein bisschen weniger Klasse gesehen hat. Ja, es war wirklich Same-Old-Shit. Ja. Und es waren einfach nur andere Kostüme. Und dann denke ich mir, das können die doch besser, oder? Ja, ich muss sagen, also ich mein, äh, ich, ach Mensch, man ist erst so erwartungsvoll, weil ich find's halt irgendwie schon geil, dass man das Sweetwater-Thema in der Jazz-Version hört. Und wieder geiler Einfall von Ramin Javadi, wunderbar stimmungsvoll, ähm, die ganze Kulisse, das hat mich irgendwie so ein bisschen, Thilo, es hat mich auch so ein bisschen an alte King-Kong-Filme erinnert. Stimmt. Oder so ein bisschen auch so von der Ausstattung her, zumindest an den ersten Fantastische Tierwesen, der ja im New York der 20er Jahre spielte. Mhm. Ähm, davon hatte das was so ein bisschen, fand ich, fand ich, also wirklich diese Autos unglaublich, diese, diese riesigen Leute. Und dann, äh, ja, ist es irgendwie doch nur eine hübsche Fassade und du hast halt wirklich, ey, du hast, du hast jetzt Hector, der einfach jetzt nur Hacki Amon heißt und statt vom Sheriff jetzt vom FBI gesucht wird. Ja. Du hast den, den Typen, der, äh, der, der, ähm, der Caleb anrempelt statt Teddy. Es ist halt wirklich Recycling. Du hast dann die, äh, die neue, die neue Clementine, die, äh, die Prostituierte, die ihn anmacht, ne, also genau dasselbe. Also, du kriegst hier nicht so ein bisschen Nostalgie, sondern du kriegst quasi gefühlt den Vorschlaghammer um die Ohren gehauen und du denkst dir, ne, der Hammer ist grad aus Styropor. Also, ich war da auch, äh, nach der anfänglichen Euphorie so ein bisschen unterwältigt leider. Geht's uns allen so, glaub ich. Ich mein, sie haben ja das selber, also, das, das wurde ihnen ja schon in Staffel 2 vorgeworfen, von wegen Copy and Paste hier bei der Shogun World. Aber da machte es ja auch irgendwo Sinn, weil's ja der selber Autor war, Lee Sizemore, und der kommentiert das ja dann auch so trocken. Ja, schreib du mal 100 Geschichten in sechs Wochen. Oder hier Angebot und Nachfrage. Also, da haben sie das halt irgendwie auf die Schippe genommen. Also, ich, ich muss sagen, ich, ich fand das, ich fand das überhaupt nicht schlechter in der Shogun World. Ich weiß nicht, äh, oder warst du da auch nicht so ein, so ein Freund von Thilo? Ach, ich hab das gar nicht so empfunden, dass das irgendwie ein Abklatsch war. Für mich war das ja, das war noch ein unfertiger Park, der ja noch irgendwie in der Erprobungsphase war. Und für mich war das schon eine ganz eigene Geschichte. Also, ich hab da keine großen Parallelen jetzt gesehen, wie jetzt hier eben die 20er Jahre mit der, mit der Western-Welt. Also, ich fand das eigentlich recht frisch. Ich würd sagen, in Shogun World, da haben das auch die Darsteller deutlich besser abgefedert, weil die da einfach eine deutlich andere Bandbreite abfeiern konnten. Ja, und da hat es halt auch irgendwie so einen Reiz, wenn die, die Figuren halt dann irgendwie auf ihre, also die Western-Figuren auf ihre Shogun-Pandons treffen, ne? Also, ob es jetzt Maeve ist, ob es Hector ist, ob es Amistis ist, da gab's ja auch wirklich, also ich glaub, da gibt's da eine Szene, glaub ich, in der zweiten Staffel, wo Amistis und ihre, diese, diese Hanario, wo die, glaub ich, nur an einem Tisch sitzen und sich irgendwie wortlos anstachen oder irgendwie sowas. Das war schon, das war schon geil, aber dass sie das jetzt hier dann nochmal neu aufgießen, also für mich, für mich machte es, also das kann ich auch dramaturgisch nicht mehr entschuldigen, es wirkt da an der Stelle einfach faul. Lazy, ja. Lazy, muss man leider sagen. Vor allem, wir haben hier wirklich einen Punkt übersprungen, wir haben hier zum ersten Mal gesehen, wie Caleb in eine der Westworlds eintritt. Ja. Und der hat das ja eigentlich ganz euphorisch aufgenommen, da hätte man wirklich einen Punkt bringen können, wie das aus der Sicht von einem Weg, der sich das sonst nicht leisten kann und auch der war irgendwie gelangweilt. Das stimmt, ja. Ja, das, 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 das wollte ich auch noch ansprechen, weil man vergisst völlig, dass Caleb ja erst in der dritten Staffel eingeführt wurde und er diese ganzen Parks ja noch gar nicht kennt. Ja. Also er ist ja der völlig, völlig der Noobie und, und er wird ja dann von Maeve auch so ein bisschen, ja, instruiert, pass mal auf, so läuft das hier und so. Ja, ja. Und das, das, ja, aber das ist schon ein wichtiger Faktor, der, der, der ist ein völliger Noob in diesem Park. Ja, du hättest da wirklich so eine positive Fish-out-of-Water-Sache bringen können, dass Caleb da erstmal überfordert ist und von Maeve an die Hand genommen werden muss. Aber auch ihn hat das bei weitem nicht so geflasht, er hat immer wieder ein bisschen verdutzt geschaut. Aber das war's, also da sind sie echt so ein bisschen durchgehetzt gefühlt. Ja, schade. Und diese Ernüchterung, die hat man mir dann erst angesetzt, als dieses Metallica-Cover angesetzt war, da war ich dann wieder in dieser guten alten Stimmung. Da kommen wir, da kommen wir ja gleich erst zu. Also es, es gab ja zumindest ein paar neue Elemente, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, da, äh, sagen wir mal kurz so eine hier, äh, Suffragetten-Organisation, also hier Frauenrechtlerinnen, äh, die sagen wir da mal ganz kurz. Äh, das war zumindest ein bisschen was Neues und es ist halt, also das Setting ist halt schon wahnsinnig stimmungsvoll, da werden zum Beispiel auch irgendwie Fotos gemacht, noch mit so einem alten Projektor, aber sowas ähnliches hatten wir halt alles schon in der Westernwelt. Und klar, es ist, es ist ja irgendwie auch reizvoll, wie sie diese Elemente spiegeln, immer wieder in einer völlig neuen Epoche, aber hier hätte, also sie hätten ja ein paar vertraute Elemente haben können. Aber das hier war wirklich nur noch Copy and Paste und das fand ich schade. Vor allem berechtfertigt das nicht diese 40.000 Dollar pro Tag. Ach. Da wäre ich wirklich enttäuscht gewesen. Wenn du Westworld überlebt hättest. Genau das. Aber trotzdem, der erste Eindruck wäre trotzdem mal positiver gewesen, das wäre wie ein Kind, das zum ersten Mal nach Disney World kommt. Ja. Und da positiv von den Eindrücken erschlagen wird. Aber ich muss sagen, es gab einen Lichtblick und das war ein Gäst, ein weiblicher Gäst, der quasi wahrscheinlich auch öfters mal solche Parks besucht und die auf der Jagd nach so einem Secret Level ist quasi. Ja. Und das fand ich, da kommen wir dann später noch dazu. Easter Egg. Das fand ich dann schon wieder richtig, richtig nice. Ich habe mir das sogar notiert, die meinte, die suchen den Pariah in der Welt. Und da dachte ich ja, diese Detailverliebtheit hätte ich gern bei dem Rest gesehen von Gangland. Ach, Gangland, ja. Gang, Gang World, Gangland, ja. Hätten sie einfach... Gangbangland. Ja gut, bevor wir hier, ich weiß nicht, sind wir... Das wäre eine andere Welt. Sind wir, ja, das wäre eine andere Welt. Und wir sind hier auch nicht explicit. Sie gehen da natürlich, wen wundert's, wie alle Newcomer gehen sie ins Mariposa, was hier der Butterfly Club heißt. Ist auch wieder, und das zieht sich halt wirklich durch dieses ganze Gangland, schöne Fassade, aber derselbe alte Inhalt irgendwie, den man einfach zu oft gesehen hat. Was dann auch ganz nett ist, wir haben natürlich im Butterfly Club, obwohl das eigentlich eher typisch Western ist, haben wir wieder ein Klavier und das spielt Bad Guy von Billie Eilish. Ein Klavier, ein Klavier. Ja. Also Maeve kommentiert es dann ja auch von wegen, die Handlung ist gleich geblieben und ein paar Details sind geändert worden. Sie sieht dann ja auch irgendwie ihr Pendant dann später und trinkt dann Cherry und ach, es ist wirklich... Also wie Maeve das kommentiert, da kann man sich da noch so ein bisschen dran festhalten, so dieses Gelangweilte. Aber weißt du, das hat man als Zuschauer irgendwie auch. Bevor sie in den Butterfly Club gehen, ist ja der Vorsatz von Maeve, sie wollen halt ins Untergeschoss gelangen, also in die Mesa, was dann wirklich halt genau umgekehrt ist gegenüber Westworld, wo das ja weit oben war. Und ja, der schnellste Weg in die Host-Hölle ist natürlich, man muss sterben und deshalb passen sie dann hier eben die Handlungsschleife ab, die wirklich jeder von uns kennt. Und Hector oder Hecki, Amon oder was auch immer, wie er hier heißt, kommt in die Stadt. Die Handlung ist gleich geblieben, also wir kennen das alles, der will sich den Save holen und ja, es wird schon irgendwie natürlich aufgewertet durch den Musikeinsatz, den wir hier haben, denn wir hören hier Enter Sandman von Metallica. Ja, und was ich auch ganz cool fand, dass sie erst so die ersten Takte von Painted Black anspielen, was man ja aus der ersten Staffel kennt und was ja sogar noch in so einer, ja, mittelalterlich-asiatischen Version in dem Shugun World zu hören war. Aber ja, die Sequenz an sich ist letzten Endes einfach nur dasselbe, ne? Aber toll choreografiert wieder und eine nice Action, trotz allem auch richtig blutig. Ja. Da haben sie sich wieder keine Blöße gegeben, sagen wir es mal so. Da haben sie sich keine Blöße gegeben, es ist auch wirklich toll gemacht, das muss man sagen, also auch die Details sind schön. Das Auto, in dem dann nämlich Hector vorfährt, ist das Auto vom Polizeichef, also halt übertragen Sheriff, ne? Und es geht dann alles mit Maschinenpistolen zustande. Armistice ist natürlich auch wieder dabei. Die Kamera ist vor allem bei der Action teilweise eins zu eins übernommen aus der ersten Staffel. Weißt du, in der ersten Staffel wirkte das halt so stivvoll und elegant, wie die da irgendwie zu den, ähm, Rolling Stones war es ja, glaube ich, ne? Wie die da irgendwie sich die Waffen zuwerfen und dann dieses Tau und so. Und das wirkte ihr, also vor allem, wo Hector und Amistice da irgendwie ihre Waffen tauschen, das wirkte total komisch irgendwie. Das hatte überhaupt keinen Drive an der Stelle, fand ich. Das ist eben die Sache. Man war fast schon ein bisschen zu selbstironisch mit Maeve an der Seite und hat das schon quasi totgeredet mit der Ironie. Und dann bringst du dieselbe Stelle zum dritten Mal. Beim zweiten Mal war quasi der Höhepunkt erreicht, in dem sie gesagt haben, irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Ja. Und beim dritten Mal bist du davon irgendwie schon ein bisschen ermüdet. Ja, sie reiten es irgendwie zu weit, habe ich das Gefühl. Also Christopher hat es ja irgendwie schon kommen sehen in der letzten Folge, dass sie halt die Eigenreferenzen oder die Selbstreferentialität hier auf die Spitze treiben. Das hat auch Paul kommen sehen. Es ist auch nicht so, dass es mir gar nicht gefallen hat. Es ist ja auch wirklich stimmungsvoll in diesem Setting, aber du denkst dir, es ist halt, es ist halt wieder nur derselbe Loop, den haben wir in der zweiten Staffel gesehen, in Shogun World. Den haben wir in der ersten zwei, wenn nicht sogar dreimal gesehen. Und so langsam reicht es wirklich. Vor allem ist das jetzt auch nicht gerade ein Loop, der Berge versetzt. Klar, es ist Sweetwater, aber meine Güte, ey. Also so langsam nervt es mich. Okay. Ich würde sagen, springen wir doch mal weiter und gehen in den Untergrund, würde ich vorschlagen. Ja, genau, der Überfall geht dann über die Bühne, wie man es halt kennt. Aber Mae funkt dann dazwischen und erschießt erst, ich glaube, sie erschießt erst Hector, der eh nur ein Abklatsch ist von ihrer großen Liebe und dann auch noch ihr Pendant. Und Caleb ballert dann auch noch Amistice ab. Und da sind dann halt genug Leichen, dass dann jetzt irgendwie die Totengräber kommen werden. Und Maeve und Caleb gelingt es dann, sich auf einem Leichenwagen irgendwie unter die Totenhosts zu mischen. Und dadurch landen sie dann prompt natürlich da, wo alle Totenhosts hinkommen, nämlich bei den Metzgern. Und es war dann hier, das wirkte auch so ein bisschen komisch, die Hosts, die fallen da einfach durch so ein Loch. Also ich dachte mir so, sind jetzt bei Sweeney Todd gelandet. Also mich hat es vor allem total an ein Hostel erinnert. Ja, stimmt. Es war die Typen, die da rumliefen mit diesen Schürzen und den Wagen, wo sie Leichen abtrafen. Es ist so eins zu eins Hostel. Ja, stimmt, eindeutig. Und ja, sie landen dann tatsächlich in der Mesa. Und es sieht wirklich alles aus wie früher. Die Hosts werden hier trainiert, nur dass sie jetzt halt eben alle aus den Zwanzigern kommen. Maeve und Caleb ziehen sich dann zurück in einen Raum, wo irgendwie viele Kostüme und Ausstattung sind. Man muss mal sagen, das ist schon toll, was sie hier rankarren. Vor allem, ich habe in diesen Laborsettings, da kommt bei mir dieses deutliche Unbehagen raus, wegen dieser Sterilität, die da drin ist. Also das ist für mich eindeutig das bessere Resident Evil aktuell, diese Westworld-Labore. Ja, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, an Umbrella irgendwie. Das hat ja auch irgendwie was, diese, also ich meine, da ist ja alles aus Glas eigentlich, da ist ja alles durchlässig. Wobei ich mich dann schon frage, wie dann deine ersten Staffel auch mal irgendwie so Sachen unter der Hand und so passieren, wenn doch da irgendwie jeder alles sehen kann. Aber naja, Maeve versucht sich dann jedenfalls ein Tablet zu schnappen und einen Lageplan von dem ganzen Komplex zu finden. Und sie findet es aber merkwürdig, dass sie a, hier irgendwie keinen William aufspüren kann und dass auch anscheinend von der Mesa nichts gesteuert wird. Sie werden ja allerdings je unterbrochen von Gästen, die das Easter Egg gefunden haben, worauf ja Thilo vorhin schon zu sprechen kam. Und Thilo, was ist das Easter Egg? Der Secret Level, das sie quasi gefunden haben. Und das war für mich im Grunde fast das Highlight der Folge, weil das so eine Meta-Ebene aufgemacht hat. Dass dann die Guests kommen und sagen, ah, wir haben das Secret Level gefunden und ballern sich mit den Securities und so. Und dann kommt aber im Grunde raus, dass auch dieses Secret Level im Grunde auch nur ein Loop ist. Also das Massaker als Funpark, ich fand das auf irgendeine seltsame, verstörende Art extrem lustig, dass sie auch noch dieses Massaker da in diesen Themenpark mit angebaut haben. Obwohl diese Dolores schon dann sehr schnell ihre Rolle gewechselt hat. Ich meine, vorher hat sie ja noch irgendwie ganz unschuldig die Dose aufgehoben. Und jetzt hat sie da Teddy 2.0 und Angela 2.0 hinter sich und probt den Aufstand. Was wir da nicht vergessen dürfen, wir haben Dolores jetzt wirklich einige Stunden zugeschaut. Deswegen kam das bei uns nicht ganz so blitzartig rüber wie der Switch von dieser Dolores. Naja, es ist ja auch ein Skript, das kann ja wahrscheinlich auch nochmal eine andere Dolores sein, ich weiß es nicht. Also es ist ja auf jeden Fall, es ist schon irgendwie drollig, dass man da halt landet, wenn man in die Mesa eindringt. Beziehungsweise, dass die Mesa Teil des Spiels ist. Das ist wirklich wie so ein Easter Egg in einem Videospiel eigentlich. Ja, also für mich wirklich eine absolut geniale Idee. Eine schöne Idee tatsächlich, ja. Hat dann so ein bisschen, es hat zwar nicht diese, letzten Endes ist es ja auch Copy and Paste, aber sie haben es zumindest hier irgendwie ein bisschen geistreicher einmontiert. Ich würde sagen, das wird durch den galigen Humor da, der mitschwingt, deutlich besser abgefedert als die dritte Referenz an den Bankraub. Ich meine, man darf nicht vergessen, Hey, Loris ist ja, das ist ja ein Mahnmal irgendwo auch für sie. Also das ist ja, ein Stück weit ist man in ihrem Traum hier eigentlich, in dem Park. Maeve und Caleb bahnen sich dann den Weg an denen vorbei und was sehr auffällig ist, eine von den Gästen, die ja irgendwie dieses Easter Egg suchte, die ballert dann da irgendwie wild in der Gegend rum und Caleb passiert nichts, weil er ja natürlich Mensch ist und Maeve wird aber verletzt. Ich habe das so verstanden, dass es damals auch beim ersten Park quasi Waffen gab, die nur Russ verletzen konnten. Ja, ja, genau, genau. Ja, das ist es ja, genau, das, das sagt ja dann Maeve auch zu Caleb, als er dann irgendwie das Feuer auf dir öffnen will von wegen, oh, also gegen Menschen bringt das nichts, nur gegen Hosts, ne? Ja, ja. Und also als dann die Security da andrückt, aber sie bahnen sich dann den Weg durch die Facility, durch verschiedene Komplexe da und Maeve gelingt es dann mit ihren Admin-Kräften, sage ich jetzt mal, eine Tür zu öffnen, hinter der ein Aufzug ist und sie können dann Dolores und Angela 2.0 entkommen, indem Caleb beide erschießt. Ähm, ja. War irgendwie. Und Maeve wurde noch angeschossen, ne? Aber sie wurde dann mit dem Tricoder quasi wieder zusammengeflickt, also da hatte ich echt Star Trek Feeling, also die da mit diesem Ding da zusammenflickt. Ja, die Dinger, die sieht man ja seit der ersten Staffel. Die sind ja nicht neu. Die haben wir ja immer gehabt, also da ist ja, äh, ganz schockierend war das ja in der ersten Staffel, als Maeve diesen, äh, Metzger Silvester da die, die Kehle aufschlitzt und dann sein Partner das allen Ernstes zu flicken kann, ne? Ja. Ja. Das ist schon, also da merkt man halt, es ist Zukunftstechnologie, ne? Maeve, äh, wird von Caleb zusammengeflickt. Das ist dann tatsächlich auch eine kleine interessante Szene, weil, also Maeve ist dann irgendwie doch beeindruckt davon, wie gut sich Caleb dann jetzt im Kampf schlägt tatsächlich. Und, äh, Caleb sagt dann irgendwie auch, naja, also du hast mir ja auch schon mal das Leben gerettet. Äh, und damit verweist er dann wahrscheinlich wieder auf diesen Trip zu dem Leuchtturm, äh, der ja in der ersten Folge angedeutet wurde und der auf jeden Fall noch irgendwas zu bedeuten hat. Vor allem, man muss dann mal so auf Maeve's Mean-Spiel achten, als Caleb sagt ja, du hast mir ja auch schon mal das Leben gerettet. Da ist, da, da verhält sie sich einmal ganz kurz etwas seltsam. Also, da ist irgendwas im Argen, hab ich das Gefühl. Oder wie ist das bei euch? Ich wusste jetzt nicht, äh, auf was er anspielt. Ich dachte, es war irgendwas in der dritten Staffel, aber ich bin da nicht mehr, äh, drauf eingegangen. Ja, Maeve und Caleb hatten ja nicht so viel zu tun eigentlich in der dritten Staffel miteinander. Ne, also, er, er hat deutlich mehr mit Dolores zu tun. Ja. Deswegen war ich verwundert, wieso die direkt so dicke connecten konnten. Na gut, also, äh, sie hat ihm ja das Leben gerettet, als, äh, quasi sie ihn aufgesucht hat und der eine Henchman ja schon, äh, seine Tochter bedroht hat und ihn ja auch dann umlegen wollte. Also, ich glaub, vielleicht war's das. Äh, 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 das mit der Tochter kann's echt sein. In der, in der Rückblende wurde ja angedeutet, dass Caleb da wohl irgendwie sehr stark geblutet hat, als sie da irgendwie rausgeflogen sind aus diesem explodierenden Leuchtturm. Also, ich, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, dass diese Szene noch wirklich wichtig sein könnte. Ich glaub, er hatte wirklich eine sehr extreme Nahtoderfahrung. Sie haben ja echt nicht umsonst in den ersten beiden Folgen betont, wie knapp er da mit dem Leben davongekommen ist und er von seiner neuen Frau und der Tochter quasi irgendwie zusammengeflickt wurde und irgendwo auch so ein Stück weit therapiert wurde. Ja, ja, werden wir ja noch sehen. Ich meine, äh, die bekommen wir ja lustigerweise ja auch noch zu sehen, ne? Calebs Tochter und Frau, wo man wirklich gedacht hätte, ach ja, die sehen wir irgendwie in Folge 7 wieder, ne? Ja, stimmt. Aber erst mal, äh, sie gelangen dann in eine neue Etage und, äh, ja, jetzt kommen wir so zum merkwürdigsten Aspekt der ganzen Folge, ne? Das da wäre? Äh, naja, die Host-Drohnen, die irgendwelche Maden oder Larven durch die Gegend schleppen. Und auch diese Computersimulation über dieses Virus. Genau. Mit, die irgendwie Parasiten züchten oder auf jeden Fall irgendwelche Experimente daran machen. Vor allem sehen wir aber, äh, das, das muss ich, äh, nochmal generell anmerken, ich find die so Host-Drohnen, also die, äh, kennen wir ja mittlerweile seit Staffel 2, aber ich find die so verdammt creepy einfach. Oh ja, oh ja. Für mich ist das quasi der Pyramid Head von Westworld, wenn du es so willst. Der was? Pyramid Head, das sind diese Pyramiden. Ach, Silent Hill. Genau. Ja, 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 ja. Also das, das war wirklich eine merkwürdige Szene, aber ich mein gut, das mit den Larven deutet ja schon was an, was wir ja schon kennen, eigentlich seit der ersten Folge, ne? Aber vor allem mit diesen Parasiten-Experimenten, die die da machen, also das war, äh, das war irgendwie, ich mein, man kennt das ja schon seit der zweiten Staffel, dass sie irgendwie unter dem Park da DNA-Proben sammeln und da Aufnahmen abziehen für die Forge und alles mögliche. Aber das hier ist irgendwie nochmal ein neues Level, hatte ich den Eindruck. Vor allem diese Drohnen wirken dadurch auch so extrem creepy. Ich find diese gesichtslosen Viecher, die sind eh schon extrem creepy. Aber mit dieser Forschung, die sie wirklich so stur weitergeführt haben, hat das nochmal so ein neues Umbrella Academy-artiges Level erreicht. Ja gut, Umbrella Academy kann ich nichts zu sagen. Nicht Umbrella Academy, wie heißen sie? Umbrella Corporation. Umbrella Corporation, sorry. Ach so, ach, ach, Resident Evil, okay, ja. Wieso muss alles was mit einem Schirm zu tun haben? Das ist vielleicht auch keine verkehrte Referenz, denn was sich ja bislang wirklich so, also für mich zumindest durch die Staffel zieht, aber da hatten wir auch schon in den anderen Recaps drüber gesprochen, wir haben hier wirklich einen ganz schönen Horrortouch drin in dieser Staffel, ne? Ja, und vor allem dann auch an der Stelle, wo eben sich das bestätigt, was, Thilo, ich weiß nicht, ob du es oder Chris waren, wir waren uns da ja so ein bisschen uneinig, mit diesem schwarzen Schleim, der aus dem Kopf der Senatorenfrau kam. Ja, da haben wir lange drüber schwadroniert. Genau, den kriegen wir hier auch nochmal zu sehen. Ach ja? Ja, ja, die füllen den doch da irgendwie ab in solchen, die füllen das in solche Gefäße ab. Das stimmt. Ja, als würde man die Arbeit eben wie bei Konfitüren oder so pervertieren, so wirkte das irgendwie auch nicht ganz total bescheuert. Das ist ein ganz spezieller Honig. Ja, genau. Die perverse Bienenfarm, oh Gott. Ja, aber pervers geht es hier wirklich zu, denn man merkt, diese Fliegen werden anscheinend mit dem Glue, also diesem schwarzen Schleim wohl irgendwie, ich weiß nicht, gefüttert oder davon ernährt auf jeden Fall. Und diese Larven sind natürlich dann, also die Fliegen, die vermehren sich ja auch rasend schnell. Wir haben dann auch hier eine ordentliche Fliegenzucht. Oh ja. Und was auffällig ist, Maeve scheinen die gar nicht zu beachten, aber Caleb scheinen die sehr zu mögen, ne? Caleb ist Herr der Fliegen. Ja, genau. Nur ohne Insel. Und ohne, ja doch, ein Kind hat er ja zumindest. Ich wollte gerade sagen. Also erstmal hören sie ja ein Geräusch und das hört ja nur Maeve, seltsamerweise. Caleb kann es ja nicht hören. Maeve entdeckt dann irgendwie eine Tür, die sie dann öffnen kann und das Geräusch wird dann lauter und sie entdecken dann tatsächlich so einen merkwürdigen Apparat, der aussieht wie eine riesige Flüstertüte eigentlich mit Lamellen. Und so langsam kapieren wir, weil da muss man ja so sagen, Thilo, wir hatten ja die Theorie schon bei der ersten Folge, auch jetzt tatsächlich in dieser Runde hier, dass die Fliegen Nanobots sind. Ja, genau. Aber damit haben wir uns anscheinend geirrt. Das scheint tatsächlich echte Fliegen zu sein, die über diesen Glue und die Akustik-Signale gesteuert werden, ne? Ja, aber wenn du dir den neuen Vorspann noch anschaust, dann werden ja doch Insekten schon hergestellt wie Hosts. Also insofern bin ich da noch nicht so ganz abgewichen von der Theorie. Ja, das kann natürlich sein. Ich bin da so ein bisschen unschlüssig. Also ich meine, ich war ja derjenige, der ankam mit. Schon in der allerersten Szene der, nee, hier, in der ersten Schlussszene der allerersten Folge der Serie, da zerquetscht ja Dolores eine Fliege und da habe ich mir da auch so gedacht, so ja, also eigentlich müssen die Fliegen ja auch Hosts sein, ne? Vor allem hat ihr Vater auch dort diese Fliege gehabt, die ihm auf den Auge rumgeflogen ist. Ja, allen möglichen auf den Augen. Also da ist ja Teddy, glaube ich, auch mal. Aber was wir hier so langsam verstehen, also Maeve und Caleb kommen dann in diesen Raum und da ist nicht nur dieser riesige Apparat, der diese Akustik-Signale ausstößt, sondern auch verschiedene Bildschirme, worauf man eben Versuchspersonen sieht. Menschen wirklich wie Versuchstiere, lebend Inventar, wie Heyloris es ja schon nannte, in der zweiten Folge, als sie diese Anastasia da sich geschnappt hat, diese Senatorenfrau. Wir sehen dann verschiedene Menschen, die wohl dann irgendwie, es passiert auf jeden Fall, was dieses Akustik-Signal löst irgendwas aus und das führt dann dazu, dass einer der Probanden tatsächlich eine Waffe lädt und sich erschießt. Und, äh, Caleb wird dann so langsam panisch und, äh, sagt dann die ganze Zeit zu Maeve, können wir nicht irgendwie diese Käfige öffnen, in denen sie vor allem stecken? Also hat diese, diese Glas, äh, Abteilungen. Und Maeve bekommt aber, äh, auf Gedeih und verderbt keinen Zugriff da drauf und für Caleb brechen dann endgültig alle Dämme, als er da niemand anderes dort stehen sieht, als seine eigene Tochter. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Intermezzo, würde ich sagen. Ja. Es gibt ja noch eine kurze Sequenz, da wird seine Tochter und seine Frau von irgendeinem Eindringling überrascht. Ja, äh, es ist nicht nur irgendein Eindringling, es geht ja darum, also erstmal haben wir innerhalb dieser Folge, haben wir tatsächlich noch einen dritten Handlungsstrang, der sich um die Tochter und die Mutter dreht und ich muss sagen, also hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich hätte nicht gedacht, dass wir die nochmal sehen, ehrlich gesagt. Also so früh nicht, nee. Ähm, und dann geht es hauptsächlich darum, dass Frankie irgendwie ihren Vater, wie er es ihr wohl gezeigt hat, mit einem Funkgerät irgendwie kontaktieren will und die Mutter meint dann aber die ganze Zeit, sie sollen packen, weil sie sich dann irgendwie, also die, die wollen wohl erstmal irgendwie untertauchen, weil Caleb ja jetzt auch weg ist und werden dann unterstützt von diesem Kawa, den ja, äh, äh, Caleb da irgendwie schon hin delegiert hatte in der zweiten Folge, also dass der ein Auge auf seine Familie hat und denen dann jetzt dann beim Packen hilft. Äh, und ich muss, äh, zugeben, Kawa sieht für mich aus wie Nacho Vaga aus, äh, Better Call Saul, der erinnert mich total stark daran. Also von, von Gesichtszügen her, ich weiß nicht und ja, Frankie will eigentlich nur ein Lebenszeichen von ihrem Vater und hat dann auch wieder ihren komischen Bär-Bär am Wickel und, äh, Kawa, äh, der, der erzählt ihr irgendwie von wegen, dass er, dass er dem Bären irgendwie so ein, so ein Special-Move beibringen würde. Genau. Und als Frankie das dann später sehen will, äh, weicht er dann plötzlich aus, Frankie bemerkt dann, dass an ihrem Bären irgendwie Blut klebt und generell benimmt sich dieser Kawa auch so langsam etwas seltsam, ne? Ja, der Nachtigall, ich hör dir trapsen, also da war eigentlich schon klar, in welche Richtung es geht und das ist der größte Kritikpunkt für mich von diesem Handlungsstrang, der war so abgedroschen und, äh, auf, auf Spannung gemacht, aber hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das war alles so abgedroschen, also. Ja. Naja, also da war es wirklich so, die ganze Zeit wurden wirklich gute Horror-Klischees abgefeuert und jetzt hat man in der tiefsten Klischee-Kiste gegraben und das, was sie da in diesen Handlungsstrangen abfeuern, das ist wirklich einfach nur künstlichstes Spannungsgenerieren und das funktioniert deswegen grad einfach so gar nicht. Das hat überhaupt nicht reingepasst in die ganze Serie, wenn du mich fragst. Nein, überhaupt nicht. Nee, 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 man ist auch emotional einfach irgendwie nicht involviert, also ist jetzt nicht so, dass man jetzt ein Problem hat mit der, mit der, äh, Tochter oder der Frau, aber es wirkt halt irgendwie so ein bisschen, dass, das wirkt einfach mehrere Spuren zu konventionell. Genau. Also ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt, wer weiß, wie stört, es führt ja auch irgendwo hin anscheinend, also, das, das, also, was mir ja schon irgendwie zumindest gefallen hat in der ersten Folge, dass das jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist, ne? Ja, es wirkt halt auf den ersten Blick nur so. Wie ist das dann? Frankie entdeckt eine Blutspur und sagt es dann ihrer Mutter und, äh, äh, die beschwiegt sich dann. Sie entdeckt die Leiche vom, eine Leiche im Kofferraum sogar. Ja, sie entdeckt eine Leiche, ich weiß gar nicht. Nee, 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 die entdeckt einen blutigen Sack oder sowas. Ja, ja, im Kofferraum. Ja, ich dachte aber, dass, äh, schon sie eine Leiche gesehen hat. Ja, sie hat eine Leiche gesehen. Von dem echten, von dem echten Carver wahrscheinlich. Ja, äh, ja, dann, äh, ist es wahrscheinlich, ja, es ist auch irgendwie sehr schnell halt klar, dass Carver wohl irgendwie ausgetauscht wurde gegen den Host und, ähm, die Mutter versucht den dann zu beschwichtigen, also von wegen, die, die packen jetzt alles zusammen und dann kommen sie gleich und dann schnappt die sich die Waffe, also die, die Waffe aus dem Safe von Caleb, äh, dann kommt Carver halt irgendwann ins Haus und, äh, sucht nach den beiden. Da erfahren wir dann auch, dass Calebs Frau irgendwie Ju Wade oder Ju Wade oder so ähnlich heißt, also wirklich ein afrikanischer Name dann wahrscheinlich, afroamerikanisch auf jeden Fall. Äh, der findet sie nicht, zückt die Waffe, ja, dann gibt's so ein bisschen, ich muss sagen, den, den, also den Spannungsmoment, den hätte man auch besser machen können, weil, ähm, also da gibt's ja diesen Moment, wo man halt denken soll, dass sie unterm Bett ist und man sieht dann so die Stiefel von ihm, man sieht halt sofort, dass sie nicht unterm Bett ist. Es war, es war, es war so billig, wenn du mich fragst, es war so billig. Es ist ja nicht nur das, es wirkt für mich wirklich wie so ein Dramaknopf, den sie zusätzlich haben wollten und im Prinzip mit dieser Auflösung, wenn er dann zu seiner Tochter kommt, dann weiß man, was Sache ist, da hätte man nicht dieses Intermezzo gebraucht, sondern diese Szene hat für sich gesprochen, das wäre auch der bessere Schockmoment gewesen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, äh, jedenfalls findet Carver Frankie natürlich und, äh, wir werden dann hier zwei erst mit einer Schwarzbände abgespeist, weil, oh, Spannung. Mhm. Aber nee, äh, der öffnet dann den Schrank und, äh, die haut ihm dann, glaube ich, mit ihrer ... Spielzeugpistole, na. Genau, die haut ihm mit der Spielzeugpistole ins Auge und der macht sich dann erst drüber lustig und dann kriegt er halt eine richtige Kugel von Mami ab. Die können dann beide flüchten und, ähm, dann machen wir jetzt auch eigentlich wieder den Sprung zu, zu Caleb, der eben, äh, verzweifelt versucht halt an seine Tochter ranzukommen. Also, er stürmt da erst durch die Facility und findet die erst nicht, dann hat er es aber gefunden, kommt erst nicht rein. Und dann ist ja eigentlich auch schon klar, dass es nicht die Tochter sein kann, ne, weil es ja gleichzeitig stattfindet. Ja, es ist halt die Frage, ob es gleichzeitig stattfindet. Ich glaube schon. Äh, auf jeden Fall, Caleb, äh, kommt erst nicht rein, wobei ich mir dann auch die Frage stelle, warum hat er nicht irgendwie versucht, die Scheibe da zu zertrümmern? Ja, alles schusssicheres Glas. Äh, äh, state of the art da, ne? Ja, ja, äh, Maeve hackt sich, äh, dann immer doch rein, schafft es, die Tür zu öffnen und, äh, er kann dann Frankie noch daran hindern, dass sie, also, das ist auch echt ein bisschen, das ist schon echt böse gewesen, ne, wie die, der erst mit so, ja, wirklich wie so ein Affe bei so einem Versuch erst so Klötzchen aufeinander stapelt und dann tatsächlich eine Waffe nimmt und, äh, dann auch kurz ist davor, eigentlich, äh, die gegen sich selber zu richten. Und dann schafft es aber, äh, ihr Vater natürlich rechtzeitig zu ihr rein. Frankie erkennt auch ihren Vater, äh, und, äh, bevor Maeve sich dazugesellen kann, bekommt sie Besuch in diesem komischen, äh, Akustikraum. Und wer ist es natürlich mal wieder? Falk William. Oost William, ja, genau. Und der hatte sich auch schon auf sie gefreut und das ist, das fand ich schon geil, sondern merkt man halt auch, was Maeve, äh, für eine schlagfertige Figur ist, weil er sagt irgendwie so, ja, ich hab mich schon auf dich gefreut, Maeve. Und sie so, ach, du stehst wohl drauf, dass ich dir jedes Mal den Arsch versohle, wenn wir uns drehen. Ja, haha, haha, äh, und ich, ich muss dazu sagen, ähm, das hab ich in der, in der letzten Folge, glaub ich, gar nicht erwähnt, ich find es tatsächlich geil, wie, also Rami Javadi hier die Musik vom Man in Black nochmal irgendwie, der nochmal neuen Touch gibt, weil es ist das Man in Black Thema, aber der, der interpretiert es irgendwie mit Synthesizern. Also, wo halt genau unterstrichen wird, das ist jetzt Host William, das fand ich sehr cool. Mhm. Das hat er auch schon am Ende der dritten Staffel gemacht, tatsächlich. Stimmt. Host William ist dem Altman in Black House Staffel 1 eben wieder deutlich näher, also, auch er ist komplett wieder back to the roots. Wir haben tatsächlich auch eins vergessen, ähm, und deshalb kann es eigentlich nur Host William sein, hier mit dem Staudamm in der ersten Folge, wisst ihr warum? Da haben wir gar nicht so drauf geachtet, William hat doch eine verletzte Hand gehabt. Und da hat er wieder eine ganze Hand, glaub ich. Genau, richtig, da hatte der zwei gesunde Hände, deshalb kann das nur der Host gewesen sein, ne, oder es war noch weiter in der Vergangenheit, das kann ja auch sein, keine Ahnung. Ja, jedenfalls ist der Kampf zwischen denen eigentlich relativ kurz, sie ballert ihn eigentlich relativ straight um, der kommt dann aber, äh, ja, eigentlich nochmal wieder. Ja, Caleb hat ja dann seine Tochter und, äh, die sagt dann aber zu ihm, ja, Papa, du kannst hier nicht weg und du sollst hier auch nicht gehen, weil, hey, Loris hatte, also sie, er sagt natürlich nicht, hey, Loris, aber sie hat, äh, Interesse an dir. Und, äh, dann, ja, stellt sich raus, dass Frankie wohl endgültig kein Mensch ist, jedenfalls diese Version von ihr. Denn, und ich muss sagen, das fand ich schon ziemlich geil, die, äh, öffnet ihren Kopf, also wirklich so wie diese alten Hosts, ob jetzt irgendwie die, die Robert Ford nachempfunden waren, also seiner Familie, oder aber auch eben die Ur-Dolores. Äh, die öffnet ihren Kopf und es ist wirklich so, also ich musste schon beim Trailer, musste ich schon an die Mumie denken. Äh, stimmt. Aus den 90ern. Ja. Ja, es kommen eine Menge Fliegen raus. Aber, aber super geiler Effekt. Ja. Mal wieder. Ja. Deswegen hätte es ja dieses Intermezzo nicht gebraucht, weil spätestens da klar gewesen wäre, dass es nicht die echte Tochter ist. Ja, aber auf jeden Fall, äh, die ganzen Fliegen strömen aus ihrem Kopf und, was ich, was ich sehr geil fand, ihr müsst mal drauf achten, wenn die ihren Kopf so öffnet, äh, die bewegt trotzdem immer noch ihre Augen, ne, dabei. Ja, ja. Mhm, ja, Wahnsinn. Das sieht so echt aus. Das sieht so creepy aus vor allem. Ja, das ist, also vom CGI. Aber der Effekt, der, der Effekt, der hat mich schon in der, äh, glaub ich, der ersten Staffel geflasht, als eben diese junge Ford-Version das erste Mal quasi dieses Gesicht öffnet. Da hab ich mir auch gedacht, Wahnsinn, wie geil sieht das aus, ey. Ja, vor allem ist das dann halt so komisch, da muss ja Frankie eigentlich, also ich meine, das, das sind ja eher die alten Host-Modelle hier, ne, eben die von Robert Ford oder eben Dolores ist ja, ist ja der älteste Host überhaupt. Das fand ich ja auch geil in der dritten Staffel, ne, wo, wo, wo Caleb diese Pearl da einsetzt. Ja. In der letzten Folge und dann ihr, ihr Kopf sich so nach und nach dann, ach, geil, einfach, also CGI, ganz große Props dran. Ja. Aber ja, diese Fliegen, äh, sind natürlich nicht zum Spaß hier, sondern umschwirren Caleb erst und, äh, fangen dann an, ihn, ihn einzudringen. Diesmal nicht über die Augen. Nein, die über die Ohren. Ja, war's schon echt, boah, das war schon echt ne fiese Szene und sie ist besonders fies, weil, Cliffhanger. Ja. Ja, und da bereust, dass ich nicht weiterschauen konnte, aber ja, spätestens nächste Woche hat sich das dann auch geklärt. Ja, und hier hab ich weitergeschaut und, äh, natürlich ausgekundschaftet, was in der vierten Folge ist und, äh, ich bin froh, dass wir die nächste Woche, äh, besprechen können, weil die vierte Folge, äh, man hat's ja vielleicht schon gehört, die haut einen ziemlichen Twist raus, sagen wir's mal so. Oh, ich bin gespannt. Verdammt. Ja. Aber ich würd sagen, äh, bevor wir dazu kommen, ziehen wir erst mal so ein bisschen ein Fazit über diese Folge. Wer möchte denn mal anfangen? Kann ich gerne machen. Und, ähm, ja, ich bin jetzt so ein bisschen der Typ, der, äh, auf die Parade pisst, denn ich war ziemlich enttäuscht von der Folge, nachdem mich die zweite, äh, wahnsinnig, äh, angefixt hat. Ja. Und ich war von dem Gang World enttäuscht, ich war eben von dieser Mutter-Tochter-Handlung dermaßen enttäuscht und, ähm, es waren so ein paar Lichtblicke drin, aber im Großen und Ganzen, ja, ähm. Muss ich sagen, da muss ich eher so einen Querdaumen geben. Ja, ich bin da auch, also ich fand die Folge zwar insgesamt immer noch solide, aber ich kann mich der Enttäuschung über Gangland schon wirklich anschließen, also ich, ich, das, das ist, äh, wie es so schön heißt, Lazy Writing an der Stelle gewesen. Genau mein, genau mein Ding. Und, äh, hier war's wirklich Lazy Writing, während das in der Shogun World, also, also das in der Shogun World, das, das würde ich gegen alles Mögliche verteidigen, das fand ich eigentlich ziemlich super. Ja, das fand ich auch gut. Aber hier macht es keinen Sinn mehr. Ja, ja. Und insgesamt, ja, äh, man muss sagen, die Folge ist, es ist auch so ein bisschen so eine Brückenfolge. Ja. Jetzt stelle ich mir so die Frage, meint ihr, wir werden denn noch so wahnsinnig viel von, von Gangland sehen oder habt ihr da gar keinen Bock mehr drauf? Oh, doch, Bock hab ich drauf. Also, allein von der Optik her. Wenn's besser geschrieben ist. Ja. Wenn's besser geschrieben ist, hab ich da auf jeden Fall Bock drauf. Ich war auch so ein bisschen ernüchtert. Ich hoffe auch, dass die beim Bernard-Handlungsstrang irgendwo so ein Spagat hinkriegen, dass es nicht nur Doctor Strange and the Multiverse of Mad Max ist, sondern auch irgendwo seinen eigenen Standpunkt hat. Und da so ein bisschen weniger prophetenhaft daherkommt. Also, irgendwo macht mir das den Charakter so ein bisschen madig. Ohne Stubbs wäre ich da von dieser Folge wirklich schwer enttäuscht gewesen. Und trotzdem, ja, es hat ein paar nette Fässer aufgemacht. Ich war ein bisschen ernüchtert von dem Bernard-Handlungsstrang. Und vor allem von dem Gangland-Setting. Also, ja, es macht Lust auf mehr. Aber für die Woche ist da erstaunlich wenig passiert. Und es war wirklich eine billigere Kopie. Deswegen fand ich das echt schade. Da waren viele vertane Chancen. Auch Caleb hätte deutlich mehr das Gangland entdecken können. Ja, es ist keine Zeit für ihn. Schade drum. Kann natürlich auch wieder mit der Verkürzung auf acht Folgen zusammenhängen. Aber mein Gott, ey, sie haben wirklich dieses herausragende Set-Design. Und dann machen sie damit irgendwie nix. Aber vielleicht kann ja noch was kommen, wer weiß. Aber ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich halt anguckt, weil die vierte Folge ist nämlich nochmal genau von denselben Autoren. Es kann sein, dass sie vielleicht auch so ein bisschen zusammenhängend erst funktioniert. Also, dieser Cliffhanger hier ist tatsächlich auch eher ein bisschen ungewöhnlich für die Serie. Hatte ich den Eindruck. Also, so ein plötzlicher. Ist ja wirklich so ein Blockbuster-Move eigentlich schon. Aber kann mir noch so gewisse Sachen... Also, die Bernard-Handlung fand ich tatsächlich auch nicht schlecht. Die war vielleicht ein bisschen kryptisch und auch ein bisschen pathetisch. Aber ab und zu Stubbs dann da mit drin. Das hat ein bisschen Schwung reingebracht. Also, ich möchte auch hoffen, dass Stubbs noch ein bisschen bei uns bleibt. Also, Luke Hemsworth ist ja momentan auch in Thor Love and Thunder, glaube ich, auch zu sehen. Kann ich leider noch nicht beurteilen. Ja gut, ich hatte Info gelesen, dass der da drin ist. Aber egal. Ja, ich freue mich trotzdem auf nächste Woche. Mal schauen, wie wir das machen. Wir werden ja jetzt... Also, kann ich ja nur noch mal sagen, wir werden ab sofort nicht mehr vorproduzieren können, sondern müssen dann jetzt eben auch auf den regulären Release warten. Ich hoffe aber, dass wir dafür nicht auf den Thilo verzichten müssen erst mal noch. Nö, wegen mir nicht. Freust du dich trotzdem auf Folge 4? Ja, auf jeden. Also, kann ja nur besser werden. Nein, ich war so... Wie gesagt, die war solide, die Folge. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Und ja, ich bin mir sicher, da kommen noch einige Klopper. Ja, wir haben ja durchaus jetzt auch viel Kritik hier geübt. Das muss auch mal sein. Eben. Jammern auf hohem Niveau. Ja, ach, das ist es so oder so. Also, es ist HBO. Eben. HBO ist fast immer Meckern auf einem hohen Level. Ja, eigentlich schon. Also, ja. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das hier bis nächste Woche. Da wird dann wahrscheinlich der Kollege Paul zu uns stoßen. Er hatte es zumindest angekündigt. Ich bin gespannt. Bis nächste Woche. Bis dahin, Falt in tiefen und traumlosen Schlummer. Good night and good fight. Das wollte ich gerade sagen. Egal. Na klar. Also, macht's gut. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.